Es geht eigentlich genau so weiter, wie sie zu Ende gegangen ist, beziehungsweise wie auch das Wochenende war. Im Norden häufig Sonne, im Süden dagegen immer wieder nass. Und das spiegelt auch das wieder, wie es die letzten drei Wochen aussah. Das sind die Regenmengen, mal so schematisch dargestellt, die wir die letzten drei Wochen bekommen haben. Sie sehen, im Norden war es überwiegend trocken, Husum hat gar nichts abbekommen, in Erfurt immerhin 11 Liter pro Quadratmeter. Bad Säckingen dagegen fast 70 Liter pro Quadratmeter. Im Süden in den letzten drei Wochen häufiger und kräftiger Regen. Und da wird es auch die nächste Woche genau so weitergehen. Wenn wir jetzt mal gucken, was so bis zum Wochenende fallen wird, dann sind das vor allem über Bayern und Baden-Württemberg örtlich an die 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter. Da das als Schauer und Gewitter fallen wird, kann es örtlich auch noch mal bei einem kräftigen Regenguss etwas mehr sein. Und auch heute gab es ja im Norden häufig trockenes Wetter, über der Mitte und dem Süden dichte Wolken. Die halten sich auch in der Nacht noch, über der Mitte auch ein paar Tropfen. Aus diesem Wolkenpaket, es lockert Richtung Baden-Württemberg und Bayern auf. Da morgen auch häufig Sonne. Im Laufe des Nachmittags bodelt es wieder. Und es entwickeln sich auch da wieder zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Dagegen Niedersachsen, rüber Mecklenburg, Vorpommern, Brandenburg. Viel Sonnenschein, da bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von 8 bis 1 Grad. Minus 1 Grad in der Mitte Schleswig-Holsteins, wo es längere Zeit sternklar ist. Morgen Nachmittag dann meist 16 bis 20 Grad den Rhein entlang. Die nächsten Tage über der Mitte und dem Süden dichtere Wolken. Im Nachmittagsverlauf immer wieder Schauer und Gewitter. Nach Norden häufig Sonne. Und das jeweils bei bis zu 20 Grad.